Vielen Dank für die Einladung und für die Einführung. David Begrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Wir koordinieren die Arbeit der mobilen Beratungsteams hier im Bundesland. Und ich will mal nochmal ein bisschen weiter ausholen, beziehungsweise woanders ansetzen, nämlich bei der Frage, wie funktionieren eigentlich Mobilisierungszyklen zum Protest in Ostdeutschland? Weil ich glaube, dass sie sich in Teilen fundamental unterscheiden von dem, was wir aus Westdeutschland kennen, wo ja außerparlamentarische politische Aktivität eben sehr stark geprägt ist durch letztlich eine organisationssoziologische Verfasstheit in Gewerkschaften, in Nichtregierungsorganisationen, in Initiativgruppen, die als RISOM-Netzwerk arbeiten, die einen klaren inhaltlichen Fokus haben, auch eine lange politische Geschichte haben. Das alles funktioniert in Ostdeutschland unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Ich glaube, es ist gut und hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass das zeitgeschichtliche Zentralmotiv ostdeutschen Protests die Imagination oder die reale Erfahrung der Demonstration 1989 im Herbst gewesen ist. Das ist das zentrale Motiv, auf das sich alle Proteste, alle Protestformate in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung, also seit 30 Jahren, in der einen oder anderen Art und Weise beziehen. Und zwar unabhängig davon, ob es sich eher um linksemanzipatorische Protestformate handelt oder um regressiv-reaktionäre Protestformate handelt. Das hat einfach was mit der zeitgeschichtlichen Erfahrung zu tun und sollte man sozusagen Hinterkopf behalten für die Frage, warum muss es denn immer der Montag sein beispielsweise, oder warum wird immer zu dieser ganz bestimmten Protestform gegriffen, beziehungsweise welche Erwartungen sind da dran auch geknüpft. Und das ist der zweite Unterschied zu Westdeutschland. Es gibt zumindest auf der Ebene der Protestmobilisierung, beziehungsweise der Initialisierungsphase von Protesten, eine sehr starke Erwartung, Erwartungshaltung oder Horizonterwartung zu sagen, man könne politische Forderungen oder eine politische Agenda am ehesten durchsetzen, wenn man massenhaft auf die Straße geht. Da kann man jetzt lange darüber sprechen, dass da diesbezüglich ein Missverständnis hinsichtlich der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland vorliegt, aber es ist nun mal so. Also die Erwartungshaltung ist zu sagen, wir gehen hier unten so lange auf die Straße, bis die da oben machen, was wir wollen. Und das zieht sich sozusagen, egal ob das die Hartz-IV-Proteste 2004 oder davor, die Proteste gegen die Betriebsschließungen durch die Treuhand, also das ist sozusagen das tragende Muster. Der zweite Punkt ist die Frage der Mobilisierungszyklen von Protesten in Ostdeutschland seit 2014. Und diese Jahreszahl habe ich nicht willkürlich gewählt, sondern deshalb gewählt, weil das der Zeitpunkt ist, zu dem wir a. am Vorabend der rassistischen Mobilisierung im Kontext der Flüchtlingskrise waren und b. wir damals eine Situation hatten, das mit dem sogenannten Friedenswinter im Protestformat auftrat, das schon einmal bestimmte Ideologie-Elemente dessen thematisiert hat, was wir auch jetzt immer wieder finden, nämlich einerseits den Russland-Ukraine-Konflikt und auf der anderen Seite die Bereitschaft eines damals noch sehr diffus auftretenden politischen Milieus oder politischen Spektrums zu einer Identifikation oder Teilidentifikation mit der Politik Putins beziehungsweise Russlands zu treten und dafür zeitgeschichtliche Anleihen zu nehmen. Es hat damals nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen ostdeutschen Städten die Kundgebung zu diesem Friedenswinter gegeben. Und da sind eben ganz oft Leute auf die Straße gegangen oder haben sich zu Kundgebungen, waren das ja meistens, waren ja keine Demonstrationen, sondern Kundgebungen gefunden, von denen man von heute aus sagen kann, dass sie so etwas wie einen Protestkern bildeten, den wir zum Teil, also nicht identisch, aber zum Teil in nachfolgenden Protest-Mobilisierungszyklen erneut wiedergetroffen oder wiedergefunden haben. Das war vor allem natürlich der Fall im Zuge der Mobilisierung im Kontext der Flüchtlingskrise, die einerseits auf der organisatorischen Ebene oder auf der Ebene der politischen Wahrnehmbarkeit sehr klar dominiert worden ist von den klassisch rechtsextremen Organisationsstrukturen und Netzwerken, das wird Ihnen und Euch ja sicher vor Augen stehen, aber auf der anderen Seite eben auch sehr deutlich geprägt waren von Formen, die, oder von Protestformen, die nach neuen Ausdrucksformen der Protestbeglaubigung gesucht haben, indem sie sich neue Namen gegeben haben, Bürgerinitiative oder Bürgergruppe oder Ähnliches, also sozusagen wegzugehen von eindeutigen politischen Bezugnahmen hin zu zumindest der rhetorischen Proklamation von Gemeinwohlinteresse und übergreifendem Interesse. Das ist deshalb wichtig, weil es einen zweiten Effekt in der Protestkultur oder Protestgeschichte Ostdeutschlands gibt. Meiner Ansicht nach ist das ein zweites zentrales Motiv neben diesem Montagsdemokomplex, nämlich eminent politische Anliegen in einem unpolitischen oder antipolitischen Gewand vorzutragen. Die Skepsis gegenüber der institutionellen Verfasstheit von Politik und Institutionen, also Parteien, Parlament, Regierung, alles, was damit zu tun hat, ist in Ostdeutschland sozialwissenschaftlich gut erforscht, sagen wir mal skeptisch, um nicht zu sagen, sie ist eigentlich kurz vorm Umschlag in offenen Hass und Ablehnung. Das heißt, wer auf der Straße Politik machen will in Ostdeutschland, der ist gut beraten, sein Partikularinteresse in einer Weise vorzutragen, dass es sozusagen einen antipolitischen Charakter hat. Das hat die AfD in ihrer Aufstiegsphase in Ostdeutschland sehr erfolgreich praktiziert, indem sie sich als Anti-Establishment-Partei in Szene gesetzt hat, was sie zum Teil heute noch tut. Also bei diesen zahlreichen Kundgebungen und Demonstrationen war das eben ein sehr wichtiger Punkt. Und das verschafft dem Mobilisierungsformat sowohl damals als auch heute Reichweite und Glaubwürdigkeit. Das kann man immer und immer wieder versuchen zu dekonstruieren, ist aber sehr schwierig. Und das schlägt sich eben unter anderem in der Tatsache nieder, dass vor Ort in den kleinen und Mittelstädten die Proteste ganz oft von Leuten aus dem politischen Vorfeld der AfD organisiert werden. Die AfD als solche allerdings dort nicht auftritt, also nicht sichtbar auftritt. Nicht mit Parteifahren, nicht mit Flugblättern, mit ähnlichen, sondern sozusagen sagt, wenn man dann ist eben eine Bürgerinitiative oder beliebt ist auch zu sagen, wir sind eine neue Bürgerbewegung, das schließt sozusagen auch an die Erfahrung von 1989 an. Ich komme nochmal zurück zu meinen Mobilisierungsphasen. Da würde ich nämlich seit 2014, 2015 drei Phasen versuchen zu beschreiben. Die erste Phase, das ist sicher diese Mobilisierung vom Friedenswinter, die dann übergegangen ist, nicht identisch übergegangen, aber von der Verfasstheit übergegangen ist, in eine breite rassistische Mobilisierung, die ihren Schwerpunkt damals in Sachsen hatte und die eben sich nicht nur begnügt hat mit den klassischen Protestformen, sondern die dann auch nach Ausdrucksformen von progromartigen, gewalttätigen Ausbrüchen, Sie alle kennen das, Heidenau, Kolditz und so weiter, was da damals passiert ist. Das ist sozusagen die zweite Phase der Mobilisierung, die dann übergegangen ist in das Mobilisierungsformat von Pegida, was in Ostdeutschland unglaublich Reichweite stark strategisch kommuniziert hat, und zwar nicht nur bei der Frage der konkreten Mobilisierung vor Ort, sondern vor allen Dingen die strategische politische Kommunikation von Anti-Establishment-Inhalten einerseits, anti-westdeutschen Ressentiments andererseits und der Mobilisierung von Rassismus. Und die dritte Mobilisierungsphase wäre jetzt aus meiner Sicht eben genau diese, über die wir jetzt sprechen, die an der Schnittstelle zwischen realen sozialen Abstiegsängsten, realen sozialen Widersprüchen, der zeitgeschichtlichen Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine und den damit einhergehenden Folgen sich sozusagen vollzieht. Das ist deshalb so wichtig, um sich vor Augen zu führen, dass es eine Diversität oder sagen wir mal lieber eine Heterogenität der Protestmotivlagen gibt. Sebastian Friedrich hat ja in seinem Vortrag die These aufgestellt, zu sagen, na ja, es geht gar nicht so sehr sozusagen den politischen Akteuren der AfD oder der extremen Rechten, denen gehe, ist gar nicht um die soziale Frage, diese Einschätzung würde ich teilen. Ich glaube aber, dass die strategische Kommunikation, auf der die AfD und ihr politisches Vorfeld sozusagen spielen, eine hohe Ambivalenz aufweist. Nämlich einerseits durch die Anrufung der kollektiv-biografisch-zeitgeschichtlichen Erfahrung von Ängsten und Unsicherheiten im Kontext der Transformationsjahre, Anfang der 1990er Jahre. Wir wissen, dass es viele, die zu den Demonstrationen gehen, gibt, die Angst haben, sozusagen den Lebensstandard, den sie sich in den letzten 30 Jahren oder sagen wir mal in den letzten 25 Jahren erschlossen haben, dass sie den auf einen Schlag verlieren. Und gleichzeitig eben diese Bezugnahme auf ein zeitgeschichtlich anderes Verständnis der Frage des Verhältnisses zu Russland. Und ich glaube, da spielen sozusagen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Ein Aspekt ist die Dominanz von westdeutschen historischen oder zeitgeschichtlichen Narrativen in Bezug auf die Frage, wie ist die NATO zu verstehen, wie ist Russland zu verstehen, wie ist Putin zu verstehen. Und eben aber damit im Kontrast eine eigene zeitgeschichtliche Erfahrung mit der Frage, wie funktioniert eigentlich die Geschichte von Energielieferungen aus Russland und wie weit ist die sozusagen abhängig von den politischen Gegebenheiten, die damit einhergehen. Verschaffen wir uns einen Überblick über das Protestgeschehen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass das Protestgeschehen auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, der heutigen fünf neuen Bundesländer, genau dem Muster folgt wie auch 1989. Und das ist sehr interessant und bedarf meiner Ansicht nach einer intensiven Diskussion. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass die größten Demonstrationen, die wir in den letzten Wochen und Monaten im Themenkontext hatten, genau wie 1989 im Süden der DDR, nämlich in Plauen begonnen haben und dort auch mit großer Heftigkeit vorgetragen worden sind. Und wir genau wie 1989 und in allen nachfolgenden Protestmobilisierungsformaten das immer gleiche Muster sehen, nämlich dass wir ein Süd-Nord-Gefälle in der Protestmobilisierung sehen. Also je weiter südlich man auf dem Gebiet der ehemaligen DDR Richtung Sachsen kommt, desto stärker ist die Zahl der, sowohl der Orte, in denen Proteste stattfinden, als auch die Zahl der Teilnehmenden, als auch die, ich sag jetzt mal, Radikalität der Forderungen oder das politische Bewusstsein. Und je weiter nördlich beziehungsweise nordöstlich man kommt, desto schwächer ist das Protestformat und der Organisationsgrad der Protestakteure ausgeprägt. Und dieses Muster, das wäre meine These, dieses Muster wiederholt sich in gewisser, wiederholt sozusagen in gewisser Weise die Motivik von 1989. Das war damals ganz, das war damals ganz genauso. Also die Ersten, die die Wiedervereinigung gefordert haben, das war nicht in Dresden, sondern das war in Plauen. Und wenn man jetzt sich die Invektiven anhört, die von den Freien Sachsen kommen, also diejenigen, die fordern, man müsste aus der Bundesrepublik Deutschland austreten oder man müsste eine Mauer zur alten Bundesrepublik bauen oder Ähnliches, das kommt alles aus Westsachsen. Und je weiter nördlich man kommt, desto niedriger wird auch der politische Organisationsgrad der handelnden Akteure. Bei der Frage der politischen Verortung der Proteste, glaube ich, muss man von einer Protestplattform oder von einem Protestnukleus beziehungsweise Protestkernen ausgehen. Die Protestkerne bestehen in den Regionen zum Teil aus denjenigen, die den Corona-Protest getragen haben, konkurrieren aber zugleich auch mit diesem neuen Montagsdemonstrationsformat oder versuchen mit ihm Bündnisse zu schließen. Und es geht dort politisch-ideologisch wild durcheinander. Also die Motivlage reicht von bestimmten Elementen der Reichsbürgerideologie über Esoterik bis hin zu bestimmten rechtsextremen Geldwerttheorien und Ähnlichem. Die machen aber nicht sozusagen die Masse aus, sondern die Masse macht der Umschlag aus, dass es einen bestimmten Protestmobilisierungsmechanismus gibt, der, glaube ich, noch mal anders funktioniert als in den Metropolen und in den Oberstädten, in den Oberzentren. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, wenn ich in einer Stadt wie in Berlin mit 5.000 Leuten auf die Straße gehe, dann interessiert das in Berlin niemanden, weil in Berlin gehen jeden Tag 5.000 Leute für Kinder, für Tiere, gegen Kinder, gegen Tiere auf die Straße. Das nimmt der Berliner so hin. Berlin ist auch groß genug, dass die Stadt sozusagen drei Demonstrationen a 5.000 Leute aushält. Das ist sozusagen kein Einzelereignis. Das sieht in einer Stadt, in der zwischen 15.000 und 90.000 Einwohner leben, also eine ostdeutsche Klein- und Mittelstadt, ganz anders aus. Wenn dort zwischen 2.000 und 3.000 Leute, vielleicht auch nur 1.000 Leute, wöchentlich auf die Straße gehen, dann erzeugen sie damit nicht nur an dem Tag selber so etwas wie eine sozialräumliche Dominanz, sondern sie bestimmen damit oder darüber natürlich in gewisser Weise die Hegemonie des öffentlichen Diskurses in der in Rede stehenden Stadt oder in dem in Rede stehenden Sozialraum. Und ich glaube, dieser letzte Faktor, den sollten wir nicht vernachlässigen beim Verständniszugang dessen, was wir dort sehen. Denn es geht ja immer um zwei Dinge. Es geht einerseits natürlich um das ganz konkrete Protestereignis und die Teilnahme an diesem, aber die videografische Wiedergabe dieses Protestereignisses und der Abgleich mit den Videos aus anderen Städten in der gleichen Größe imaginiert oder suggeriert natürlich sozusagen so etwas wie Gesinnungsgemeinschaft, Wachstum, ein bestimmtes Bewegungsverständnis und Ähnliches. Und das spielt für die Frage der politischen Selbstwirksamkeitserfahrung, die eben sich bislang jedenfalls beschränkt auf das Format des Auf-die-Straße-Gehens, spielt das eine sehr entscheidende Rolle. Ich will das versuchen, an einem Beispiel zu sagen, nämlich an der Stadt Wittenberg, die im Osten Sachsen-Anhalts liegt, wo wir seit Sommer eine stabile Teilnehmerlage bei diesen wöchentlichen Demonstrationen haben. Das gerät immer so ein bisschen aus dem Blick, weil sowohl von Berlin als auch von anderen Städten ganz selten auf Wittenberg geguckt wird. Das ist aber nicht unwichtig, weil da zum Teil faktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereits im Sommer montagsabends bis zu 3.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Und das außer, dass die Mitteldeutsche Zeitung Wittenberg, also die Lokalausgabe, darüber berichtet hat, niemand darüber berichtet hat. Und der Einzugsbereich von Wittenberg umfasst eben nicht nur den Osten Sachsen-Anhalts, sondern auch Teile von Sachsen und Brandenburg. Also Jüterbock, Bad Düben etc. Das heißt also, Wittenberg ist da so etwas wie ein interdependentes Protest, hat sich zu einer Art interdependenten Protestzentrum entwickelt. Und so könnte man jetzt noch mal durch die einzelnen Klein- und Mittelstädte durchgehen und gucken, wo haben sich denn da sozusagen Protestzentren entwickelt, in denen dann jeweils unterschiedliche Akteure dieses Protestformat dominieren. Und da komme ich zu meinem nächsten Punkt, nämlich diesen sogenannten Handwerkern für den Frieden. Einem, gar nicht als Zusammenschluss, sondern als Netzwerk agierenden Gruppe, die aus den Industrie- und Handelskammern, den Handwerksinnungen der Regionen in Ostdeutschland zunächst das gemacht haben, was in der DDR typisch war, nämlich man hat einen Beschwerdebrief an die Regierung geschrieben. Also eine Eingabe, ja, also an den Bundeskanzler, nicht an irgendwen sonst, sondern an den Bundeskanzler mit der Erwartungshaltung. Er, also der Bundeskanzler, möge dafür sorgen, dass bestimmte Missstände administrativ abgestellt werden. Diese Vorgehensweise war in der DDR typisch. Also karikiere das mal so ein bisschen, mein Wasserhahn tropft. Es findet sich niemand, der den reparieren will. Und ich schreibe einen Brief, sehr geehrter Genosse Honecker, bitte lassen Sie dafür Sorge tragen, dass die Produktionsgenossenschaft Clara Zetkin, Ernst-Helmann-Straße 25 und so weiter, 1800 Brandenburg an der Havel, nächste Woche kommt, um meinen Wasserhahn zu reparieren. Dann hat man gewartet und nach etwa drei Monaten stand dann tatsächlich der Vertreter der PGH vor der Tür und hat gesagt, wir haben hier einen Brief vom Staatsrat der DDR mit dem Auftrag, ihren Wasserhahn zu reparieren. Also sozusagen die Erwartungshaltung, ein guter König möge bitte gesellschaftliche Widersprüche lösen und befrieden. Dann haben die Handwerker die Erfahrung gemacht, dass A, der Bundeskanzler nicht antwortet und B, auch niemanden schickt, das Problem mit der Energie, mit dem Gas, mit dem Öl, mit den hohen Kosten in irgendeiner Art und Weise zu beheben und haben dann zu einer Demonstration aufgerufen. Und diese Demonstration fand in Dessau statt und an der haben aus dem Stand mit einer viertägigen Mobilisierungszeit 1800 Leute teilgenommen. Und ich glaube, daran kann man so ein bisschen erkennen, wie so Mobilisierungsmechanismen sozusagen laufen, wenn es so eine Situation gibt, in der die Leute den Eindruck haben, ihr politisches Partizipationsbegehren müsste jetzt auf der Straße artikuliert werden oder müsste auf der Straße sozusagen durchgesetzt werden. In die Regionen oder durch die Regionen durchzugehen, werden wir ein sehr heterogenes Bild wiederfinden. Ich will nur mal drei Beispiele nennen, wie unterschiedlich diese Demonstrationen auch ausfallen können. Das ist ja eben schon angeklungen mit dem Fallbeispiel in Grimma. Also da tritt der sächsische Ministerpräsident auf, weil er eingeladen wird, vom Oberbürgermeister der Stadt Grimma an einer Kundgebung teilzunehmen mit dem sinnfälligen Titel Energie statt Ideologie. Also es ist wieder der Versuch sozusagen, eine eminent politische Frage zu entpolitisieren, vernünftig miteinander zu reden, jenseits der Parteipolitik. Das ist ganz wichtig. Es ist sozusagen ein wichtiges ideologisches Muster. Und dann findet so etwas statt, was wir in Lubmin und in Annaberg-Buchholz auch gesehen haben, nämlich dass eine bestimmte Fraktion der extremen Rechten in der Situation, auch in der Lage ist, faktisch eine regierungsamtliche Situation, eine regierungsamtliche Veranstaltung in die Defensive zu zwingen. Obwohl vorher das Konzept eigentlich war, sozusagen den Rechten das Wasser abzugraben, in dem sich der Bürgermeister oder der Ministerpräsident oder der Landrat an die Spitze der Proteste setzt. Und das heißt, wir haben es hier vorsichtig ausgedrückt, mit einem politischen, politisch-dynamischen Interaktionsverhältnis zwischen einerseits der extremen Rechten zu tun, deren Maß an Normalisierung in Ostdeutschland man sich, glaube ich, immer wieder deutlich vor Augen führen muss. Also die extreme Rechte in ihren verschiedenen Ausdrucksformen ist Teil, etablierter, anerkannter Teil der politischen Kultur in Ostdeutschland und ist nicht tabuisiert, sondern weitestgehend enttabuisiert, ist also anwesend, läuft mit, hat, verfügt in bestimmten Bereichen Überdeutungsmacht und der Versuch sozusagen von regierungsoffizieller Stelle, denen sozusagen die Butter vom Brot zu nehmen, beantwortet die extreme Rechte, indem sie ihre Repräsentanz und ihre Normalisierung offensiv verteidigt, was zu Situationen führt, wie wir sie in den letzten 30 Jahren immer wieder beobachten mussten, nämlich, dass es zu einer direkten Interaktion zwischen einem Landrat und einem regionalen Kaderfunktionär aus der extremen Rechten oder Sprecherfunktionär aus der extremen Rechten kommt und dadurch natürlich so etwas wie Aufwertung, Resonanzraumerweiterung etc. stattfindet. Jetzt kann man, damit komme ich auch zum Schluss meines Inputs, jetzt kann man nochmal versuchen, sich diesen Mobilisierungsverlauf anzuschauen, Sebastian hat da ja auch schon eingeführt in das Phänomen, dass seit Ende Juli in einem Teil der Medien sozusagen diese Erwartungshaltung gespielt wurde, A, das werden rechte Proteste und B, das wird so etwas wie ein Wutwinter werden und dann haben die Proteste mit so einem gewissen Zeitverzug begonnen. Ich würde sagen, wenn ich mir die Teilnehmerzahlen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch in Teilen Brandenburgs ansehe, würde ich sagen, wir sind, was die Protestmobilisierung angeht, im Moment in einer Stagnationsphase, also es gibt kein exponentielles Wachstum, also es ist jetzt nicht so, dass heute 1.000 Leute auf die Straße gehen und die Woche danach sind dann plötzlich 2.000 da oder so. In einigen Orten geht die Teilnehmerzahl auch deutlich, mehr als deutlich zurück, was ganz unterschiedliche Ursachen haben kann, die wir gerne noch mal diskutieren werden und meine Prognose wäre zu sagen, diese Plateauphase oder diese Stagnationsphase wird aber nicht dazu führen, dass dieses Protestformat verschwindet, sondern wir werden mit einem bestimmten zeitlichen Ablauf, der sich vor allen Dingen in die Winterzeit hinein verlagert, sehen, dass es einen Wiederaufschwung oder einen Wiederaufstieg dieses Protestformats geben wird, das sich dann vielleicht auch noch mal heftigere Ausdrucksformen sucht, als wir das bisher oder als wir das im Moment sehen. Und die Rolle und Funktion der AfD in diesem Zusammenhang wird eine ganz interessante sein, weil die AfD natürlich auf der einen Seite, Sebastian Friedrich hat das ja skizziert, in Ostdeutschland als systemüberwindende Bewegungspartei agiert und auf der anderen Seite eine nicht zu unterschätzende parlamentarische Akteur ist, der mit 20 Prozent plus X in allen Landtagen sitzt. Und dazwischen gibt es, na formulieren wir es mal vorsichtig, sagen wir mal so etwas wie ein Spannungsverhältnis. Meine Prognose wäre zu sagen, die AfD wird versuchen, dieses Spannungsverhältnis in den kommenden Monaten zugunsten der Straße auszunutzen. Also wir sehen das in den Regionen sehr deutlich, dass die Partei umsichtig, strategisch in der Frage agiert, wann tritt sie wo, mit welchen Forderungen sichtbar, unsichtbar auf und wie versucht sie anschließend im Parlament bestimmte Fragestellungen, bestimmte Aspekte zu thematisieren, um zu dem zu kommen, wovon sie eigentlich ausgeht, was ihre Aufgabe, Rolle und Funktion ist, nämlich eine soziale Bewegung von rechts aufzubauen, die in der Tat in der Lage ist, aus Sicht zumindest des faschistisch-radikalen Vorfelds der AfD die Systemfrage in Ostdeutschland zu stellen. Und ich denke, wir sollten das nicht unterschätzen, weil nicht zum ersten Mal für die extreme Rechte Ostdeutschland so etwas wie das Experimentierfeld für die Frage ist, wie weit kann man denn mit so einer Wechselwirkungsstrategie der kontrollierten Eskalation eines gesellschaftspolitischen Konflikts gehen und wie weit kann man damit aber auch kommen. Und das heißt auch, dass die AfD das eben nicht in der Hand hat, weil es noch andere Akteursgruppen aus der extremen Rechten im weitesten Sinne gibt, die eben nicht im Parlament ein Standbein haben und die nicht darauf verwiesen sind, dass sie sozusagen dieses Spannungsverhältnis ausgleichen können, sondern die einfach auf der Straße superradikal auftreten können, auch zu Gewaltinszenierungen greifen können, ohne dass sie dafür sich in irgendeiner Art und Weise parlamentarisch rechtfertigen müssten.